Buenos Dias, amigos. Lang ist es her. Wir haben den 2. Juli. Es ist kurz vor 12 Uhr deutscher Zeit. Entschuldigt für die lange Pause. Mich hat es ordentlich erwischt. Gott sei Dank werde ich nur alle 3 bis 5 Jahre einmal krank. Aber wenn, dann halt mal richtig für ein paar Wochen. Und ich hoffe, das war es dann jetzt aber auch mal für die nächsten Jahre. Ich wollte euch trotzdem heute mal ganz kurz Feedback geben. Ich bin nicht ganz fit, aber dass wir so ein bisschen eine kleine Orientierung bekommen, wo wir aktuell stehen. Es ist grundsätzlich, also wenn man den Markt, wir fangen mal mit Bitcoin an, wir rangen immer noch. Wir sind in einer Range, kann man auch nicht sehen. Wir haben die Highs hier oben, wir haben die Lows hier unten. Und wir sind es schon seit über 110, 111 Tagen oder sowas. Seit diesem Hoch hier oben befinden wir uns quasi seit sehr, sehr starken 3 Monaten in dieser Range. Da passiert nicht viel. Das Volumen, auch das Trading Volumen overall ist ja nicht mehr so hoch, wie es normalerweise ist. Aber das ist ja das, was ich ja schon vor Monaten gesagt habe, was zu erwarten war. Weil eben die Sommerphase kommt. Ihr wisst, Sommerphase, da machen die Banken Urlauben, da die ganzen Hedgefonds, VCs und wie sie alle heißen, Blackrock. Da ist einfach Urlaubsstimmung. Die Sommerurlaubsphase ist halt weltweit Sommerurlaub. Und dementsprechend fehlt dann auch Geld am Markt. Ich glaube, der Einzige, der jetzt noch Geld bewegt, das ist die deutsche Regierung, die BKA. Die haben ja noch, was haben sie, rund about 2,8 Milliarden oder sowas, einen Gegenwert, also Dollar in Bitcoin, die sie dabei sind abzustoßen. Ich glaube, das sind die Einzigen, die für Volumen sorgen und zwar ein negatives Volumen. Aber overall, wie gesagt, wir rangen. Das ist eine sehr, sehr langweilige Phase. Wir hatten jetzt quasi nochmal, als wir hier hochgekommen sind, das war Anfang Juni, also jetzt vor knapp einem Monat, seitdem eigentlich nur noch bergabwärts. Der komplette Markt hat sich, sage ich mal, eher, bewegt sich eher nach unten, range nach unten. Ich interpretiere das nicht als eine Trendwende, auch wenn das, weil einfach die Korrekturen sind sehr, sehr stark teilweise bei Altcoins, dementsprechend empfinden das manche aus einer Trendwende. Beobachten wir die großen Coins, die zwei maßgeblichen, Bitcoin und Ethereum, dann ist es eine Rangephase, unter der aber die Altcoins leiden. Also die Altcoins korrigieren um einiges mehr, als es Bitcoin korrigiert hat oder auch Ethereum korrigiert hat. Und das kostet einige, also insbesondere die ganzen Trader kostet das Geld. Wir erleben gerade etwas am Markt, das im Englischen sagt man, das ist eine Time-Based Capitulation, also einfach eine Kapitulation der Marktteilnehmer aufgrund von Zeit. Warum Zeit? Im Sinne von, weil einfach nichts passiert. Es blutet aus, es gibt mal kurze Pumps, mal kurze Dumps, es kommt keine Bewegung rein. Und wenn dann halt Süchtige im Endeffekt die Bewegung nicht bekommen, dann kapitulieren sie. Also eine klassische Time-Based Kapitulation. Ich denke jedoch, dass wir im Juli nochmal vielleicht hier oben in diesen Bereich kommen. Ich denke, der schlimmste Monat wird eigentlich August sein. Also das Schlimmste dahingehend, dass einfach dann das Geld ausgeht. Ich meine, wenn man guckt, diese Monthly Close, also Monats-Close-Kerze vom All-Time-High November 2021, in dieser, ihr seht es ja, um diese herum befinden wir uns schon die ganze Zeit. Wir finden immer wieder Support in diesem Bereich. Jetzt immer hier, seit ein paar Tagen schon oder seit einer Woche schon dümpeln wir hier quasi rum. Es gibt ein paar Liquidierungs-Wigs nach unten. Kann man hier sehen, hier wurde durchliquidiert, nochmal liquidiert. So was hier, wenn ihr so was seht, das ist eine klassische Liquidierungskerze. Die liquidiert quasi die, die halt long gegangen sind und schießt dann quasi wieder nach oben, um dann halt die zu liquidieren, die short gegangen sind. Und es ist, der Markt ist langsam und auch dementsprechend langweilig. Aber das ist genau, das sind diese kritischen Phasen, in denen halt die meisten kapitulieren. Sie haben in Coins investiert, Small Caps, Mid Caps, große Coins auf zentralen Börsen etc. und kapitulieren einfach, weil nichts passiert. Nicht, weil mit dem Projekt, also mit dem Coin an sich irgendwas nicht stimmt, sondern einfach nur, weil nichts passiert. Oder es blutet langsam aus und da kapitulieren sie, da geben die auf. Und das ist das Gefährlichste, was einem passieren kann, ist aufzugeben. Also die ruhigen Gewässer sind auch grundsätzlich die schwierigsten, weil es einfach ruhig ist, weil einfach nichts passiert, keine Action, keine Tenex über Nacht und so weiter. Das, was die ganzen Krypto-Enthusiasten ja so lieben, ich ja auch. Aber ich nutze diese Phasen zu recherchieren, auch jetzt, wo ich krank war. War zwar sehr viel im Bett etc., aber mein Handy dabei und ich habe halt unfassbar viel recherchiert, also auch für die Mastermind, die jetzt gerade zuhören. Es werden dann demnächst, also jetzt gerade über die Sommerphase, werden einige Altcoins kommen, Small Caps, Mid Caps kommen, weil das einfach die ideale Zeit ist, um grundsätzlich nachzulegen bei bestehenden Positionen, aber auch neue Positionen aufzubauen. Wenn man vielleicht den einen oder anderen ersten Run verpasst hat von einem Coin, jetzt kommen die zweiten Chancen, jetzt nochmal nachzulegen. Also ich persönlich liebe Time-Based Capitulation, weil es einfach ruhig ist. Das ist die Phase, in der ich am meisten recherchieren kann, weil wenn die Coins sich bewegen mit verschiedenen Vervielfachen pro Tag, dann kommt man nicht hinterher. Dann hat man einfach die Zeit nicht dafür, bis die Recherche abgeschlossen ist, ist der Preis ja schon weggeschossen, dann ist es eh schon zu spät. Und ich bevorzuge lieber diese Phasen wie jetzt, die eher ruhig sind. Man hat einfach keinen Zeitmangel, keinen Druck, keinen Stress. Komme ich heute nicht dazu, dann lese ich einfach morgen quasi mich weiter ein in ein Projekt. Das ist super. Also die Sommerphase, so wie es aktuell aussieht, stand jetzt zumindest, kann ich schon mal sagen, dass die Sommerphase die Phase sein wird, wo ich plane, dann wirklich, weil ich habe noch nicht den größten Teil meines Portfolios, ist nicht investiert. Ich bin immer noch mit dem kleineren Teil investiert, nicht dem größeren Teil investiert. Aber wenn alles gut läuft und es alles so läuft, wie ich es mir gerne, wie ich es erhoffe, wie ich es mir wünsche, dann möchte ich schon über den Sommerverteil dann wirklich ordentlich nachlegen, dass man sagen kann, okay, auf jeden Fall mehr als die Hälfte meines Portfolios ist dann endlich investiert. Das ist quasi mein Ziel, mich eigentlich in diesem Sommer gut einzudecken. Klar, ich habe immer Cash beiseite, immer Liquide für Coins, die es noch gar nicht gibt. Das ist einfach in meinen Augen, ich habe jetzt schon zwei Bullruns durchgemacht und einer meiner größten Learnings ist einfach das Thema Liquidität, einfach Liquide sein. Man muss nicht immer jeden Tag all in sein. Es gibt einfach immer wieder Möglichkeiten, verpasst man einen Coin, man who cares, dann gibt es den nächsten Coin. Das ist ja das Tolle, wir haben eine so große Vielfalt an Coins und dementsprechend ist es nicht so wichtig, man verpasst dann einfach nichts. Also Bitcoin-technisch, wir gehen doch gleich in einen niedrigen Timeframe, auch für Ethereum passiert nicht viel. Ihr seht, wir rangen, ich persönlich denke, dass der Juli eher Bullish wird, das heißt, dass wir im Juli uns eher nach oben bewegen. Bullish, aber einfach ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, also nicht hier aggressiv mit extrem hohem Volumen irgendwas, sondern einfach so, wie wir langsam runterkommen, auch langsam wieder hochkommen. Und das ist das, was ich einfach denke, was passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Dann die Bitcoin-Dominanz, da kann man auch sehen, wir rangen, also sind hier quasi in einer Range. Wir haben halt die Highs, die langsam runtergehen, also Lower Highs, Lower Lows. Grundsätzlich ist es ein bullisches Zeichen. Ich warte immer noch darauf, dass Bitcoin-Dominanz sich nach oben schießt in dem Bereich um 60%. 60, 61, 62, einfach in dieser Zone. Das würde ich gerne sehen. Und das wäre einfach für mich persönlich meine Idealvorstellung. Die Dominanz schießt über den Sommer verteilt, also quasi jetzt im Juli noch, im August, vielleicht September, innerhalb dieser drei Monate nochmal in diese Zone hoch. Das würde ich mir gerne wünschen, weil dann habe ich für mich persönlich den idealen Einstieg für Allcoins. Also es wird dann quasi in meine Strategie reinpassen, dann über die Sommerphase wirklich dann komplett aufzufüllen, was ich füllen möchte und dann einfach sich zurücklehnen und zu warten und sich dann nicht mehr mit der Frage zu beschäftigen, wann steige ich bei welchem Coin wo ein, sondern wann steige ich aus. Dann haben wir quasi eine neue Frage, die dann an der Tagesordnung ist. Also aktuell beschäftige ich mich nicht mit dem Thema Verkaufen, sondern mit dem Thema Kaufen, schon seit langem. In meinen Augen gibt es für alles eine Zeit und es ist nicht die Zeit zu verkaufen. Meiner Meinung nach, klar, kommt drauf an, wann ihr eingekauft habt. Wer teuer kauft, der verkauft dann eher auch vielleicht eher früher, um nochmal nachzulegen. Das Gute ist aber bei Small Caps, ich trade keine Small Caps, ich investiere in Small Caps, ich trade nur Coins auf zentralen Börsen, wo auch Trading Volume dahinter steht, aber Small und Mid Caps, die trade ich nicht, die kaufe ich nur und sitze einfach das Ganze aus bzw. versuche dann eben meine Entry komplett voll zu bekommen, um dann eben in einem Bullenmarkt, also wenn wir dann quasi sowas hier sehen wie hier, die Bitcoin-Dominanz kollabiert nach unten oder sowas wie hier, da kommen eine Kaskade von 1, 2, 3, 4, 5 Wochen nur rot oder sowas hier. Das sind dann diese Bullenmärkte, diese Altcoin-Bullenmärkte, die ich sehen möchte und das ist auch die Phase, wo man dann meiner Meinung nach einfach verkauft, weil einfach da es am besten ist zu verkaufen. Wir haben ordentlich Buy-Volume, weil die Leute sind ja alle gierig und kaufen, kaufen, kaufen an der Spitze. Das bietet dann uns dieses Sell-Volume und können wir quasi verkaufen, weil genügend Leute, die zu spät angetanzt sind, unsere Coins kaufen. Meine Strategie, die aus dem Mastermind-Wissen ist, wir kaufen Coins, wenn sich keiner für interessiert, wenn keiner darüber spricht, wenn es einfach todlangweilig ist, wenn da keine Action dran ist, das ist die Phase, wo wir kaufen. Und wir verkaufen dann, wenn sie alle ganz am Ende antanzen und dann an der Spitze kaufen möchten, das ist dann unsere Zeit, in der wir verkaufen. Ethereum BTC, ebenfalls weiterhin in unserer Formation, da hat sich auch nichts verändert, wir befinden uns quasi immer noch drin, wer weiß, vielleicht drehen wir nochmal eine Runde hier nach unten rein, das heißt, während die Bitcoin-Dominanz nach oben schießt, vielleicht nochmal ein letztes Mal hier nach unten rein und dann den Push nach oben. Ich denke, wenn Ethereum ausbricht, wird das auf jeden Fall auch die Altcoins mit sich ziehen, also wir werden dann positiv bullische Altcoins-Pumps sehen. Nehme ich das mal kurz raus, brauchen wir aktuell nicht, wir sind noch innerhalb der Range, aber das würde ich gerne sehen, diese Imbalance hier ausgleichen nach unten, in der Zeit Bitcoin-Dominanz, Push nochmal nach oben und dann fühle ich mich extrem, extrem wohl, dann richtig reinzugehen und dann einfach, ja, weitere Positionen aufzubauen. So, das ganz kurz dazu, jetzt gehen wir in unsere 4-Stunden-Time-Frame, also ein bisschen kurzfristiger betrachtet, was ich denke, was passieren wird, auch hier im Endeffekt, das ist jetzt keine große Range, nichts, was ich trade, weil ich kein Daytrader bin, aber ich denke, sowas in der Art werden wir bei Bitcoin sehen, nochmal hier nach unten kommen, diesen impulsiven Move nach oben quasi nochmal in Balance bringen, hier nach unten reinschießen, in diese Zone rund um 61.400, 500 Dollar isch, um dann eben hier nach oben zu kommen in den Bereich von 64.000 und dann bleibt mal abzuwarten. Also klar, bei 4-Stunden-Chart sind die Bewegungen eher kürzer und abhängig davon, wo wir dann hier stehen, wie wir dann da hinkommen etc., dann ist es einfacher abzusehen, wohin die Reise weiterhin geht, aber das ist alles, was ich erwarte. Ihr seht, das ist keine große Action, das ist, wir reden hier nicht über wirklich irgendwelche großen Bewegungen, 1,5% nach unten, das ist völlig uninteressant für mich als Swing-Trader, hier nach oben 4-5%, ebenfalls für mich uninteressant, aber das ist im Endeffekt das, was ich auf einem kürzeren Time-Frame einfach erwarte. Ich erwarte nicht sehr impulsive, große, sage ich mal Trendwende, bewegende Bewegungen. Erwarte ich einfach nicht. Ich glaube, Deutschland verkauft, Deutschland verkauft, die BKA verkauft, 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 nutzt dann quasi die Pumps, die dann immer entstehen, diese Short-Squeeze, die dann entstehen als Liquidität, um auszusteigen, das ist das, was ich vermute. Ethereum sieht auch nicht anders aus, auch hier kann man sehen, das ist eine Art Range, die wir haben, auch hier glaube ich. Wir kommen nochmal nach unten, kommen nochmal in diese Low rein, rund um die 3.380, 3.000, also zwischen 3.300 Dollar und 3.400 Dollar in diesem Bereich und dann nochmal ein Pump nach oben im Bereich von 3,5 und dann bleibt es abzuwarten. Aber auch hier, ihr seht, das ist für mich als Swing-Trader nicht interessant. Knapp 2% nach unten, von hier reden wir über knapp 4% nach oben. Wer Daytrading machen möchte, das wäre meine Longzone. Also wenn ihr wirklich sagt, ich möchte Daytrading machen, dann wäre sowas in der Art, wo ich sage, das wäre für mich persönlich interessant, wenn ich Daytrading machen würde. Ja, ist okay. Narration von 1 zu 2,4, das heißt 1 Dollar riskieren und 2,40 Dollar Profit zu machen, das wäre quasi die Range, wie ich es mir vorstellen könnte. Aber ich lasse sogar ein bisschen so in diesen Bereich rein. 1 zu 3 bei Ethereum, bei Bitcoin auch so in diesem Bereich. Ein bisschen Luft nach unten lassen, aber sowas in der Art. Also 1 zu 2,5 oder 1 zu 3 Ratio. Wenn ich Daytrading machen würde, das wäre quasi, wie ich arbeiten würde. Aber ich bin kein Daytrader. Ich mache das ab und zu, aber eher selten. Und jetzt bei den niedrigen Volumen, wir haben jetzt Anfang Juli, meine Kinder sind schon hier in Spanien, sind Sommerferien. Dementsprechend habe ich nicht so die Lust, jetzt jeden Tag von morgens bis abends mir die als Daytrader, was aber einfach gemacht werden muss, alle paar Stunden die Charts anzugucken, nicht interessant für mich. Genau, soviel dazu. Ich will das Video gar nicht so lang machen, 13 Minuten. Schreibt mir gerne einen Daumen hoch, Like, Kommentar. Zeigt, dass ihr noch da seid, dass ihr mir verzeiht, dass es seit Längern kein Video gegeben hat. Und ich versuche jetzt immer wieder mal häufiger Videos zu machen, mit meiner Gesundheit, wenn es ein bisschen besser aufgeht. Ich versuche es so, wie es Sinn ergibt. Wie gesagt, der Markt bewegt sich halt nicht sehr schnell. Dementsprechend, ja, mal schauen. Ich bin offen für alles, was passiert. Aber so ist aktuell die Lage und für mich persönlich nicht sehr interessant. Wie gesagt, ich nutze die Zeit, um meine Recherchen zu machen mit Small und Mid-Caps, also kleine Coins, Micro-Caps etc., wo es sich wieder lohnt, noch mal einzusteigen oder quasi hinzuzufügen. Generell Projekte, wo ich den ersten Rand verpasst habe. Was heißt verpasst? Ich bin an dem ersten großen Rand in den allermeisten Fällen ähnlich interessiert. Das heißt, ich warte dann grundsätzlich, nicht immer, aber grundsätzlich eben auf die zweite Chance. Weil wenn ein Coin impulsiv, was weiß ich, der nächsten zwei Wochen macht, dann kommt er wieder runter. Klar kommt er runter. Man wartet einfach nur ab. Und es gibt einfach wieder, ja, jetzt kommen die Coins, wieder so ein Bereich, wo man sagt, ist schon sexy, ein bisschen nachzulegen. Bei denen, die halt nicht sehr viel Liquidität liefern, da lege ich auch nach, auch wenn ich erwarte, er fällt noch tiefer runter, aber ich brauche diese Liquidität, sonst kann ich gar nicht einsteigen. Da ist dann das Problem gar nichts, oder die Hürde gar nicht zu sagen, hey, ich will einen guten Entry, sondern hey, ich will generell überhaupt die Coins kaufen, in der Menge, wie ich sie gerne hätte. Das ist das Problem, da ist der Preis eigentlich nur zweitrangig. Und das haben wir bei ganz kleinen Coins einfach so der Fall. Gut, soviel dazu. Bis zum nächsten Mal. Euer Trend Trader. Macht's gut.